es ist der rolle und zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute mal ein anderes geben Und auch tatsächlich ein neues Game, denn wir zocken heute Emily is Away. Ich habe das Game schon auf, ich muss nur ganz kurz was einstellen und dann geht es sofort los. Leute, wir zocken heute Emily is Away. Ich habe absolut keinen Plan von dem Spiel. Ich habe bei TikTok rumgeguckt nach Gratis Steam Games und dann wurde mir Emily is Away. Das habe ich mir vorgeschlagen, tatsächlich. Also frag mich bitte nicht, was das ist. Machen wir kurz hier ein Reset, weil ich hatte nämlich schon einmal angefangen das Ganze zu spielen. Um mal so zu testen. Das ist aber sehr laut. Das ist sehr laut. Wie geht rein? Emily is Away. Ich habe absolut keinen Plan, was das ist. Aber wir gehen einfach mal rein. Chapter 1, 2002. Schauen wir mal. Ich weiß absolut nicht, worum es in diesem Spiel geht, möchte ich gleich sagen. Screen Name. Screen Name wollte ich einfach mal herren. Genau, da kann ich mir hier noch irgendwie was raussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal das Ding. Das ist geil los. So genau, hier machen wir nämlich nichts, weil wir kriegen nämlich den Chat mit Emily. Oder MR Lee. MR Lee, okay. Ah, mein Mann. Na, wir auf jeden Fall on point. Ich schreibe einfach mal. Ich habe absolut keine Ahnung, worum es eigentlich in diesem Game geht. Das Spiel heißt Emily is Away. Man kann sich denken, worum es geht. Das Schöne ist, ich brauche eigentlich nur eine Taste drücken. Ich drücke gerade nur eine Taste. Aber ich versuche so gut es geht, es so rüberkommen zu lassen, dass ich schnell mal schreibe. Aber ja, schauen wir mal. Ich muss mal nehmen. Ganz kurz. Ah, mal. Ähm. Do you like Coldplay? Ich höre es eigentlich nicht. Ich höre es halt selber eigentlich nicht. Also ich habe absolut keinen Plan, worum es in diesem Game geht. Ich habe es gestern halt einfach mal aus Jux angezockt und irgendwie habe ich nicht so, äh, nicht so wirklich, ja weiß ich nicht. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, das ist irgendein Game, sondern eher so ein Story Game. Aber das bockte auch irgendwie so Story Games, das zog ich auch gerne. Äh. 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 also ich bin ehrlich ich habe keine große diesen game geht also ich verarsche euch doch nicht ich habe wirklich keine ahnung worum es geht also ich habe mir nichts durchgelesen ich gestern abend um 21 uhr das runtergeladen habe mal getestet wie das ist aber keine ahnung also nicht wundern wenn ich verplappen wie gesagt es ist es ist gerade erst 8 56 es ist morgens es ist halt gerade mal 9 uhr oder so ich bin gerade mal eine Stunde oder so wach also keine ahnung i know i know and i'm excited that i'm so over the school so let's go like you know from a math ja aber leute ist es ist bisher ganz cool muss ich ehrlich sagen wir haben hier auch irgend so eine bad ist da kann auch mal reingucken was so das ist dinge das ist glaube ich das ist eine friendlist also sind nicht alle drinnen aber zwei leute sind drinnen nein übrigens das ist nicht der echte aber das ist nicht der echte ich habe keine ahnung wer das ist also ich gerade jetzt so nicht im kopf wäre das ein soll ja keine ahnung ist das sehr verwirrend es ist so verwirrend ich denke dieses spiel macht mich irgendwie fertig ja wie gesagt das game macht mich irgendwie gott fertig ich weiß ich weiß nicht warum auch wenn nichts passiert hier können ich kann hier hoch machen hoch und so keine ahnung also wir haben jetzt gefragt beziehungsweise in meiner nach ging es ja darum dass ich dass ich mich freue aus college und ich habe anscheinend emily gefragt ob sie eine schule gewählt hat wo sie hingehen möchte nach dem nach der high school okay sie wurde an ihrer gewünschten schule also da wo sie hier wollte nicht akzeptiert deswegen sucht sie jetzt andere aber das ist okay jede schule ist besser als high school wo ich hingehen wir können entscheiden ob ich zu einer engineering school na kunstschule oder einer business schule ich würde sogar ehrlich sagen wir nehmen diese engineering schule das klingt irgendwie besser 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 ok warum haben wir kann er das auch noch einfach gegen die mutter also wir lassen sie kurz schreiben und dann lesen das noch mal auf deutsch also wie gesagt hier oben ging es ja darum von wegen dass ich excited bin fürs college so dass ich aufgeregt bin auf college zu gehen und ich sie halt gefragt habe ob sie schon eine schule gepickt hat also raus gewählt hat auf die sie gehen möchte sie hat noch keine gefunden und da sie an ihrer gewünschten schule da wo sie hin wollte nicht akzeptiert wurde jetzt nach anderen aber sie hat selber gesagt dass das jede schule ist besser oder alles ist besser als high school und wo ich jetzt hingehe ich habe geschrieben auf eine engineering schule aber ich bin mir nicht sicher welche art von engineering ich machen möchte aber ich jetzt rausfinden das ist cool oder das kann man ja praktisch auch cool zu sagen eigentlich war schon immer super schlau ich bin mir sicher du schaffst das ja und die difference gut die problem ist obwohl wir auf verschiedene schulen gehen verspricht mir das für mich da bist also tatsächlich ist das richtig coole story game muss ich sagen ich kann mir vorstellen dass ich story sehr sehr sich noch sehr sehr steigern wird weil ich meine wir sind bei chapter 1 2002 und ich weiß gar nicht bis wann das hoch geht also bis wie viele jahre das hoch geht das kann ich hier machen wo ich kann mir noch die texte ich kann ja für die texte meine schrift oder ich bin rot mache ich mir und rein und rein ah lol ok wir können noch den hintergrund noch ändern ich mache ich black und dann mache ich eine weiße schrift rein so um so so ich bin ich bin ich bin irgendwas damit zeit irgendwie klingt jetzt beschreiben ok fertig braucht der andere hintergrund jetzt sehe ich hier die nachricht ja jetzt so wir haben in dieser zeit gefragt ob also obwohl wir auf verschiedene schulen gehen kannst du mir versprechen dass du für mich da bist habe ich geschrieben absolut nichts kann mich davon abhalten mit dir zu schreiben oder mit dir zu reden besser gesagt du bist einer meiner besten freunde also du bist auch einer meiner und du wirst es auch noch sein es wird spät ich hoffe ich hoffe julie 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 kommt nicht zu spät dass wir jetzt party kommen oder beziehungsweise ich hoffe ich sage jetzt einfach julia weil ganz ehrlich ich habe keinen plan wie ich diesen namen aussprechen soll im englischen deswegen fuck off ich hoffe julia ich schätze sogar das soll eigentlich sogar julia heißen aber man sieht hier auch das ist ein e das heißt das spiel heißt auch emilie sowie amalie was ist aber die land ich hoffe julie kommt bald hierher dass wir zur party gehen können ich habe jetzt halt gefragt gehst du bald ja soweit julia hier ist gehen wir beide zu der party von travis if you're coming to you should probably live soon also wenn ich auch zu dieser party gehen sollte sollte ich bald losgehen und dann hat sie halt noch gefragt ob ich oder ob sie mich da sehen wird schreiben wir ja 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 Also sie macht sich fertig für die Party und wartet halt auf ihre Freundin. Hoffentlich hört Brad damit auf, mich anzuschreiben. See you soon. Also wir sehen uns bald. Und halt mit der Party im Zusammenhang. Wir schreiben jetzt einfach Sie. So. Okay, wir haben jetzt auch einen Erfolg freigeschaltet. Emily is away, beziehungsweise wir haben den Erfolg 2002 freigeschaltet. Und Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Entweder bei der nächsten Folge Emily is away oder I don't know. Ja, je nachdem was ich mache. Minecraft oder whatever. Vielleicht auch ein anderes Game, was ich finde. Mal schauen. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüssi. be ficar. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.